Big Bounce finde ich einfach super, weil es einfach mal was ganz anderes ist. Ich glaube, Sandra hat ein bisschen mehr Körpergefühl an sich. Anstrengend. Das ist wirklich so anstrengend. Die vier Minuten voll ausgekostet, das ist ja gerade im Influencer-Bereich nicht unwichtig. Auch wenn beide jetzt raus sind, wir werden sie sicher wiedersehen. Hier oder da. Dabei sein ist alles. Ich glaube, wir haben beide mega viel Spaß. Ja, war cool. Ja, aber es war irgendwann vorbei. Wir drücken den anderen jetzt die Daumen.